eigentlichen ach so 369 Screenshot einmal einruhen noch die schlimmste Map von allem machen einfach nur weil ich schon ewig nicht mehr gespielt habe was denn? Camp die schlimmste Map ja ok die Aids Map der reine Wahl die Aids Map ja die Map ist halt komplett scheiße die Aids Map ich weiß das liegt halt noch schon am Namen aber die ist halt nur scheiße weil egal wo der geile Beweise zu finden ist schwer Janek? ich bin grad am einkaufen ich hab's dir hinzugefügt alles ach so ist mir trotzdem egal ich hab trotzdem gerade alles eingekauft nicht dass er wieder keine Kamera hat äh keine Schrampe ja das ist mir auch aufgefallen ich hatte nur noch zwei Taschendampen okay ja das die das Beste Aufnahme der Welt. Das ist eine Hüte? Ja. Schieß ein Foto vom Geist, ein Comedy-Geist während einer Jagd-Werte-Zeug-Geist-Geist-Erreignis. Viel Spaß bei den Aufgaben. Kommunikation. Alter, Frame Drops auf einmal. Einfach lag. Bist du hier? Was ist das denn? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? 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 wo bist du gib mir ein zeichen bist du hier hast du irgendwas gefunden und mich oft bist du hier gibt mir ein zeichen wie alt bist du bist du hier ich weiß dass ich nervig bin also gehen sag mir wo du bist jetzt wie alt bist du gib mir ein zeichen wo bist du bist du hier ach Colin ja es gibt dir so ein Steg so ein Holzsteg und so ein Seerang hier auf der Mauer siehst du dich Nein ich bin gerade mit meinem Lagerfeuer das ist mir die Zeit echt wo es aus bist du hier ich fühlte es oft ja wenn du so ein Haus siehst aber kreis heißes bist du hier ja ich hab das Haus gefunden ich sehe aus aber oder mal kann ich unter der fußmacht ist das ich muss einmal vom gedruckt ja das ist so ein scheiß let's go bist du hier ja bist du ich bin jetzt bei diesem Haus ich bin jetzt bei diesem Haus ich bin jetzt bei diesem Haus okay doch nichts bist du hier bist du hier äh fang gerade aus bist du hier 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 gib mir ein Zeichen oh hallo oh hallo ich werde ein Bad Tor ich bin jetzt wo bist du Maus Maus hier oben ich hatte recht mit gefriertemperatur es sind auf jeden fall keine auf welt oder der spiegel das war so aus ich habe sie mir ein zeichen so kohle und so ist sie nicht schütteln schütteln spiegel aber halt nicht das stimmt bau das ist ja nicht so und richtig bis zu hier auf dem wir kommen schon gut heiden sich spielen das stimmt von ich bin zu spielen bist du hier aber da ist ein x er hat auf x geantwortet wie alt bist du wie alt bist du bist hier gibt mir ein zeichen ich weiß dass ich mir also gibt mir ein zeichen wie heißt die person wir sind nicht sicher das bringt ja leider nein die da er geht wirklich auf das doch an er hat nicht zu tun oder ein bisschen nachdem das ist ja ich habe nicht so dass ich gerade bewegt da er erlebt bist du hier aus dem mikroskop zeichen zeichen zeichnen ich kann kein deutsch mehr hat dies besser bist du hier und der antwort dass ich sein können nein sie zeigt sich nur die kamera spielt so verrückt dass ich kein foto machen einfach die box wie alt bist du alt bist du hier wo bist du hat man doch finger abdrücke und doch in euch wenn ihr schon sagte wick mit tür würde ich an eurer stelle auch ich habe noch geschaut aber versuchen wie alt bist du bist du hier bist du da das herrn drücker kurzen kann ich mir sein kurzen fix hat schon funktioniert finger abdrücker für treib ins buch weib ins buch wie alt bist du ist der strom weg habe ich jetzt und ich bin tot und ich bin in diesen Geist reingerammt die Box und ich bin in diesen Geist reingerammt als ob ich wollte mich nur hier versteckt aber doch die Kamera gehalten bist du ich hab die Kamera wo bist du? wie alt bist du? Kim, bist du auch tot? nein, ich bin noch im Leben bist du hier? ok, Box können wir bestreichen wie alt bist du? nein, ich hätte die ganze Zeit nichts gehabt wie alt bist du? und sonst alleine versuchen jeder nochmal wenn kein anderer oben ist im Haus ich bin mir einfach nicht 5 Stunden ok 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 also wir haben jetzt nur noch ach guck mal, DOS kann es immer nicht sein auch noch EMS buchst du in Box EMS buchst du in Box EMS buchst du in Box kann es sein, aber überhaupt haben wir doch nicht ja, was könnte sein in Anführungszeichen in Anführungszeichen nie, Mimimik kann es auch nicht sein das heißt, sie haben keine Geisterbots bin tot Mimimik können wir auch raus nehmen so, dann haben wir Jhin oder Dämon E-MF5 oder Geisterboot? Haben wir noch Strom im Haus? Weiß ich nicht, kann ich nachschauen. Ich will nicht nachschauen. Warte kurz mal. Geht das Radio als Strom im Haus? Ich weiß nicht, wie ist das mit dem Jinn? Keiner mit den Wechseln abgetaniert? Warte, ich. Geister... Oh, Jinn. Schwächen, dem Ort seine Stromkette zu entziehen, hindert den Jinn am Nutzen seiner Fähigkeiten. Strom ist noch an. Was wird das gerade überhaupt anhanden? Nein, alle Strom glaube ich nicht ausgaben. Hallo? Hallo? Es wird gehandelt. Achso. Aber hier können wir echt nur unterhalten. Sie ist gut. Das klappt aber wirklich gut. Ich schaue gerade noch Dots. Das können immer noch keine Dots sein. So. So, du kannst gucken, ob du Strom ausmachen kannst. Nein, der Strom muss man alleine ausfüllen. Aber ich will ja nicht hinzufügen. Aber ich will ja nicht hinzufügen. Leute, meine... Also, Berdy, machst du... Gehst du rein oder ich? Äh... Du, vielleicht. Eigentlich müsstest du schon die Rollen. Ja, eigentlich. Nimm alle Film. Ja, eh. Deiner Fuß muss alle Film nehmen. Äh... Du... Warte, du bleibst in den Wendern. Ja, ne? Ja. Es war nämlich... Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? E-Ama also weiter Strom aus ist es, kann ich ja mit der Ausseinsatz für den Markt. rot markiert. Äh... Dann... kann man den Gin durchstreichen. Weil da kann Strom nicht ausmachen wie verstanden. Kann auch nicht, ne. Äh... 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 Ich schaue nach dem Strom. Ich überlege, gerade ich glaube, es würde rot markiert sein. Wenn das auswirft. Äh... Äh... Das weiß ich nicht, aber Strom muss noch an. Also für mich ist es der Dämon das Buch für mich erstmal so lange. Ich guck auf die Gesamtaktivität, ob ich hier einen EMF-Ausschlag von 5 für gut achten kann. Der Hans-Kathrin Sperl, ich würde zurückkommen. Wer die Hantet? Oh, draußen? Der Hantet auch jemand. Der Hantet auch jemand. Der Hantet, sobald jemand das Gebiet des Campingplatzes betreten hat. Das ist die große Tor wird geschlossen. Ach so. Das ist alles die Map, Bailey. Ach so. Haha. Haha. Da egal. Findet er mich eh nicht. Und dann kommt dein King. Aber warte! Bailey ist bei 80% und der Hantet. Ja, das ist ein Dämon. Das ist ein Dämon. Oh. Geisterbuch-Dämon. Ja, komm her, mein Dämon. Nein. Schnucki-Puzzi. 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 Ja, komm zur Mama. Nicht. Mama! Hantet's over. Sie ist auch tot. Habe ich auch gerade gesehen. Anstatt dass er einfach zum Tor kommt. Naja. Ja. Ich komme den Geist während einer Jagd. Ja gut. Haben wir nicht geschafft. Soll ich machen, okay, let's go, oder? Nein. Ja, ist ja gut. Nein. War ja schon. Nein. Ich habe schon eingetragen, aber ganz. Ich frage Colin ein. Ja, habe ich schon. Ich habe schon, bevor ihr alle das eingetragen habt, Dämon ausgewählt. Ja. Da wo ich tot bin, habe ich Dämon ausgewählt. Ja, das ist aber bestimmt nicht wie ein Gewein, sondern aus persönlichen Grund. Richtig. Gin. Hä? Wie kann er dich aber 80% handen? Weiß ich nicht. Wollen wir verstecken? Ja.